Das hier ist nur ein kleines Video für zwischendurch, aber während meiner gelegentlichen Streifzüge durch das Dickicht deutscher Tageszeitungen bin ich auf einen alten Bekannten gestoßen. Und zwar auf Hussein K. Das ist der feine Herr, der inzwischen den Mord an der Freiburger Studentin Maria Ladenburger gestanden hat. Nun, angesichts der Tatsache, dass man genetisches Material des Täters an und in der näheren Umgebung der Leiche gefunden hatte, ist dieses Geständnis eigentlich kaum eines Berichtes wert. Was mir aber durchaus interessant erscheint, ist die Rekonstruktion des Tattages bzw. die kriminelle Vorgeschichte dieses Mannes. Aufgereiht in chronologischer Reihenfolge, zumindest soweit man es den Presseberichten entnehmen kann, wissen oder vermuten die Behörden mittlerweile Folgendes. Hussein K., dessen Alter nach wie vor nicht abschließend geklärt werden konnte, basierend auf medizinischen Gutachten aber vermutlich in den Mid-20ern liegt, hat, so soll er es einem Mitgefangenen erzählt haben, bereits im Iran ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt. Damals sollen sich K.s. Eltern mit den Verwandten des Mädchens unter der Hand geeinigt haben, sodass der Vorfall niemals öffentlich zur Verhandlung kam. Ist die Kultur des Mittleren Ostens nicht einfach wunderbar? Wir können so viel von diesen Menschen lernen, wie man es nicht machen sollte. Naja. Irgendwann taucht unser Spitzbub dann in Griechenland auf, wo er eine junge Studentin um Haaresbreite getötet hätte. Besagte Frau wurde von ihm eine 10 Meter tiefe Klippe hinuntergeworfen, überlebte diesen Vorfall jedoch schwer verletzt. Zu 10 Jahren Knastverurteilte, aber wegen einer Amnestie im chronisch klammen Griechenland bereits nach 2 Jahren wieder entlassen, verlässt unser wohlerzogener Gentleman schließlich entgegen seiner Bewährungsauflagen das Land und macht sich auf den Weg nach Deutschland. Hier kommt es dann schließlich zu jedem schicksalhaften Tag, der für Hussein K. damit beginnt, dass er sich in einem Stadtpark in einen haschisch- und wodkainduzierten Rausch versetzt und anschließend in einer nahegelegenen Bar eine Frau auf der Tanzfläche sexuell belästigt. Der kleine Rabauke wird daraufhin vor die Tür gesetzt und versucht, sich in einem anderen Etablissement Eintritt zu verschaffen. Die dortigen Sicherheitsleute weisen ihn allerdings ab und müssen ihn sogar zu Boden ringen, als er sich mit dieser rassistischen und kulturimperialistischen Entscheidung nicht anfreunden will. Nachvollziehbar enttäuscht von der deutschen Gesellschaft fährt unser Racker schließlich mit der Straßenbahn und fällt dort einer weiteren neben ihm sitzenden Frau unangem auf, die schließlich den Sitzplatz wechselt. Tief getroffen von so viel Ablehnung stiehlt K. nach seiner Fahrt an ein Fahrrad und spielt laut dem Bericht eines Haftkollegen mit dem Gedanken, eine Koreanerin zu vergewaltigen, die durch Zufall seinen Weg kreuzt, sich aber gerade noch rechtzeitig in ein Taxi setzen kann. Mit dem Anschluss an all diese erfreulichen Begebenheiten begegnet er schließlich Maria Ladenburger. Tritt sie ohne Vorwarnung von ihrem Fahrrad, hält ihr den Mund zu, wirkt sie mit seinem Schal bis zur Bewusstlosigkeit und beschließt anschließend die bewusstlose Frau, die er nach eigener Aussage für tot hielt, zu vergewaltigen. Zitat Und natürlich kann ich es schon hören, das hysterische Gekreische. Nicht alle, nicht alle, nicht alle! Ja, das ist ein interessanter Punkt. Zwar völlig trivial, da es, wie schon so oft aufgezeigt, nicht eine einzige große Menschengruppe in der gesamten Geschichte der Zivilisation gegeben hat, bei der sämtliche Mitglieder einer bestimmten Sache angeklagt werden konnten. Doch heute wollen wir ihn mal stehen lassen. Vielmehr noch, heute drehen wir den Spieß mal um. Waren es nicht hübsche Bilder, die von einem erheblichen Teil der Weltöffentlichkeit so frenetisch gefeiert wurden? Refugees Welcome Also ich sehe hier nirgendwo ein Nicht-Alle in Klammern dahinter gesetzt und daraus folgt, gemäß der direkten Logik unserer Gutmenschenfreunde, dass sie hier offensichtlich auch Schwerverbrecher gerne willkommen heißen. Ja, aber wie immer gilt dieser schlechte Witz von einem Argument natürlich nur in eine Richtung, denn wer das Gute auf seiner Seite hat, der stellt keine Fragen mehr. Nun Freunde, ihr seid verantwortlich. Jeder einzelne Unterstützer dieser Politik ist persönlich für ihre Konsequenzen verantwortlich. Und doch friert er die Hölle zu, als dass einer von diesen Helden das öffentlich eingestehen würde. Was die Integrität des eigenen Narrativs angeht, handelt es sich hier um nicht weniger als eine komplette Bankrotterklärung. Und nach diesem kleinen Amisgöl folgt diesmal unter Verzicht auf einen großen Hauptgang direkt das Dessert. Denn bereits vor einiger Zeit hat das Bundesland in Bayern seine diesjährige Kriminalstatistik der Tatverdächtigen veröffentlicht. Und ich denke, es lohnt sich, einen kurzen Blick darauf zu werfen. Natürlich ist auch diese Kriminalstatistik in ihrer Aussagekraft nur wieder äußerst beschränkt. So wird zum Beispiel die absolute Zahl der ausländischen Straftäter in diesen Aufführungen nicht mit ihrem Anteil an der Bevölkerung in Verbindung gesetzt. Es ist, wie schon mehrmals erwähnt, nicht sehr leicht, aktuelle Zahlen zur genauen Bevölkerungsstruktur einzelner Bundesländer zu halten. Aber ich gehe doch davon aus, dass es mehr Österreicher als Rumänen in Bayern gibt. Und doch liegt die Kriminalitätsrate der letztgenannten Gruppe etwa viermal höher. Dass solche Dinge nicht genauer aufgeschlüsselt werden, versalzt einem dann doch das Zigeunerschnitzel. Überdies werden die einzelnen Tatkategorien zwar in Deutsch und Nichtdeutsch eingeteilt, aber bei den Nichtdeutschen Tätern fehlt dann eine weitere Analyse nach Herkunftsland. Und natürlich ist auch der große Elefant im Raum wieder zugegen. Der Migrationshintergrund von Staatsbürgern findet überhaupt keine Erwähnung. Und nur das Hellfeld, also die tatsächlich zur Anzeige gebrachten Fälle, sind aufgeführt. Ja, das ist alles sehr unbefriedigend. Und falls einer von euch auf aussagekräftige Zahlen aus verlässlichen Quellen stößt, bin ich immer froh über einen Link. Aber auch trotz dieser Hindernisse lässt sich zumindest anhand einiger Eckdaten ein Bild der Lage abschätzen. Und hierzu sehen wir uns zunächst mal den Ausländeranteil an der bayerischen Bevölkerung an. Der lag im Jahr 2015, also ein Jahr vor dem Erfassungszeitraum der aktuellen Statistik, bei 11,5%. So, und jetzt sehen wir uns mal im Verhältnis dazu den Ausländeranteil bei den einzelnen Verbrechenskategorien an. Diese verdammten Chinesen, ha? Gewaltkriminalität allgemein, 9,8% Zunahme, 45,8% nicht-deutsche Tatverdächtige, davon etwas weniger als die Hälfte Asylanten. Rauschgiftdelikte, 19,2% Zunahme, 27,2% Ausländer. Diebstahl, leicht rückläufig, minus 2,7%. Tja, Rückgang oder Resignation, das ist hier die Frage. Der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen liegt jedenfalls bei 42,8%. Wohnungseinbruchdiebstahl, 49,3% nicht-deutsch. Nur noch ein kleines Stück, Freunde, und wir ergattern den begehrten Minderheitenstatus. Raub- und räuberische Erpressung, leichter Rückgang, minus 2,5%. Ausländeranteil, aber bei 47,5%. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, minus 0,8%. Ausländeranteil, 29,3%. Rund ein Drittel davon Asylanten. Und zu guter Letzt, Straßenkriminalität. Praktisch unverändert, minus 0,1%. Anteil der nicht-deutschen, 35%. Tja, und als kleinen Abschluss gibt es noch eine weitere schöne Neuigkeit. Im ersten Halbjahr des Jahres 2017 wurden in Bayern fast 50% mehr Vergewaltigungen angezeigt als im Vorjahreszeitraum. Jörg Eisele, Professor für deutsches und europäisches Strafrecht an der Universität Tübingen, meint allerdings, dass der neue Nein heißt Nein-Paragraf, an dem er selbst mitgearbeitet zu haben scheint, sowie die gesteigerte öffentliche Sensibilisierung dafür verantwortlich sein könnten. Ich frage mich mittlerweile, was diese Leute eigentlich wollen. Erst wirbelt man großen Staub auf, um das Sexualstrafrecht zu verschärfen, und dann beschwichtigt man die Bevölkerung, wenn es mehr Anzeigen gibt. Übrigens ist der Ausländeranteil bei den Tatverdächtigen in dieser Kategorie um 91% angestiegen. Aber auch hier müssen natürlich die öffentliche Sensibilisierung berücksichtigt werden. Mhm, die öffentliche Wahrnehmung ist sicher auch eine einleuchtende Erklärung für die fast 15%ige Zunahme bei Anzeigen rund um Straftaten gegen das Leben. Denn letztes Jahr hätte ich den Mordversuch nochmal durchgehen lassen. Heute würde ich damit sofort zur Polizei gehen. Ja, klingt logisch. Und ich hab mir schon Sorgen gemacht.